viele tolle spiele und viele neue ankündigungen aber nicht für uns nicht für mich christian angel 3000 und auch nicht für checky lp denn wir haben uns was ganz besonderes rausgesucht was morgen wahrscheinlich sehr viele streamen und auch videos produzieren es geht um das spiel kena bridge of spirits wie ihr sehen könnt in 20 stunden in sieben minuten und zehn sekunden wird dieses spiel öffentlich für alle spielbar sein und ja und hiermit möchte ich euch einfach gerne mal an teesern dass morgen früh der 21 um 8.30 ein großer livestream auf meinem youtube kanal stattfindet würde mich freuen wenn ihr alle dann auch dabei seid und mit mir zum release dieses spiels zusammen die welt erkunden und ja und uns faszinieren lassen von diesen tollen spiel ich bin auf jeden fall sehr heiß drauf sehr gespannt drauf und ja es wird auf meinen kanal geben christian angel 3000 und natürlich auf auch bei checky lp wir würden uns alle sehr beide sehr freuen wenn ihr bei uns mal reinschalten tut auch einen daumen nach oben lässt und einen kommentar hinterlässt dann liken kommentieren abonnieren euer feedback ist wichtig denn support ist kein mod und das ist unsere devise und wir würden uns sehr freuen auf eure mit unterstützung bei diesem projekt und wir würden uns sehr freuen wenn ja da auch mal reinschalten von meiner seite aus wie ich das spiel sowie von checky lp das war es eigentlich wie gesagt am 21 9 8 uhr 30 geht morgens los nach der nachtschicht werde ich direkt spielen keiner spritz bridge of the spirits und wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr auch dabei seid und mich tatkräftig unterstützt und auch vielleicht zuschaut und ja einfach auch mit zusammen spaß haben könnt und somit war es das hier erstmal eine kleine ankündigung für die plässlichen fünf wieder schauen und reingehauen bis morgen früh dann wenn ihr bock habt würde mich freuen auf eure kommen und anteilnahme bis dann haut rein euer christian zu 3000 ciao